Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so einen Schlafsack hier wieder richtig einpacken kann, dass es am Ende so hier ausschaut und ob Zusammenrollen überhaupt das Richtige ist. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Von Experten wird empfohlen, dass man so einen Schlafsack hier in die Verpackung hineinstopfen sollte und nicht zusammenrollen sollte. Der Vorteil hierbei ist nämlich, dass wenn man den Schlafsack immer gleich zusammenrollt, dass dadurch das Innenfutter jedes Mal gleich beansprucht wird und das tut dem Ganzen natürlich nicht so gut. Und außerdem, durch das Stopfen geht es natürlich um einiges schneller, auch wenn man anfangs denkt, dass es vielleicht die falsche Methode ist. Bevor wir ihn jetzt aber einpacken, sollten wir unbedingt schauen, dass der Schlafsack schön trocken ist. Also nach einer Nacht am besten einfach einmal auf das Zeltdorf für circa eine Stunde geben oder auch an irgendeinem Ast aufhängen, bis dieser wirklich schön trocken ist und danach nicht muffig werden kann. Wenn er komplett trocken ist, dann müssen wir mal unseren Schlafsack hier außen am Reißverschluss komplett aufmachen, wenn er natürlich einen hat. Nun schnappen wir uns mit der einen Hand den Beutel, mit der anderen Hand das untere Stück von dem Schlafsack, also das Fußteil, und geben dieses einfach einmal vorwärts schön in unsere Verpackung hinein und schauen natürlich, dass wir jetzt auch schon ordentlich hineinstopfen, dass es unten schön komprimiert wird. Würden wir mit dem oberen Teil hier zuerst anfangen, dann kann es sein, dass wenn wir das Ganze in unsere Verpackung geben, dass sich einfach Luft im Schlafsack drinnen staut und dadurch natürlich das Einpacken um einiges schwieriger wird. Man kann den Beutel jetzt übrigens auch zwischen beide Beine spannen, dann kann man nämlich mit der einen Hand den Beutel schön aufhalten und mit der anderen gebe ich jetzt den Schlafsack noch hier ordentlich hinein. Notfalls halber natürlich auch den Beutel etwas drehen, doch bei mir schaut es jetzt wirklich schon relativ gut aus. Der Schlafsack ist auf jeden Fall verschwunden. Jetzt hier außen dann bei meinem Beutel noch die Schnur schön ziehen, dass natürlich auch der Schlafsack danach ordentlich drin bleibt. Und jetzt kommt es einfach auf das Modell drauf an. Bei mir sind hier außen zum Beispiel noch so drei Klettverschlüsse. Die kann ich jetzt auch noch etwas festziehen, dass mein Schlafsack einfach am Ende noch kleiner ist und somit noch komprimierter. Und damit haben wir unseren Schlafsack auch schon wieder richtig eingepackt. Wenn du deinen Schlafsack jetzt zu Hause eine Zeit lang nicht benötigst, unbedingt aus diesem engen Beutel hier rausnehmen, da das Problem einfach ist, dass das Innenfutter von diesem Schlafsack natürlich zusammengequetscht wird, was wir nicht haben möchten und dann am besten einmal in so einen Aufbewahrungsbeutel hier geben. Das Ganze ist ein Netz, was relativ groß ist. Hier kann sich der Schlafsack schön entfalten. Er kann natürlich auch nochmal ausdrucken bzw. auslüften. Und das Beste hierbei, das Innenfutter wird nicht zusammengequetscht. Es kann schön aufgehen und somit hält natürlich der Schlafsack auch um einiges länger. Und das Ganze bleibt auch schön flauschig. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen Aufbewahrungsbeutel hier oder gleich einen neuen Schlafsack zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenersteller zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Und hier unten drunter gerne noch eine kleine 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 Vielen Dank.